so mal ein kleines video zu meinem neuen servo gekauft bei banggood von hv ecoboost liest sich erstmal alles sehr gut alles toll sieht auch ganz gut aus aus metall richtig eingebaut 1 zu 10 scale short course track jetzt schauen wir mal was der für tolle geräusche macht so funke an das ist der ruhe zustand schon super wenn ich jetzt hier im servo nur ein bisschen berühre oder hier mal so nicht mal groß ein lenke ich hoffe man kann es gut hören aber schon furchterregend so jetzt mache ich gerade gar nichts so und das ist käse so 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 so